Hallo Freunde und guten Abend erstmal. Ich nehme mir jetzt gerade einen Regelschauer abends auf, der bis heute Nacht noch geht und dann ab morgen nicht mehr. Morgen soll der Sonne kommen. Was für Aufruhrfallen ist, es ist ein bisschen warm geworden draußen wieder. Vielen Dank. Ich muss leise, es ist ein weißen Wirtschaftsbalkon, deswegen kann ich nicht so laut treten. Aber halt mich das bei den Schauer an, das ist richtig geil. Boah, es geht wieder los, ey, boah. Das ist so krass, ey. Abgefahren. Wie das auf dem Geländer so prasselt. Hier bei der Straßennaterne sieht man, dass es richtig geregnet ist. Das ist voll stark, ey. Das ist so krass. 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 Das ist krass. Mein halber mond Rainer hat immer wieder hydro emphasis. Das ist krass. Das ist krass. jeder wird ich einen schönen abend noch und schöne nacht liebe freunde wollte ich noch das ist abends bei uns jetzt zum schauer gekommen ist und es ist auch wieder warm geworden bisschen dabei tippe schweizer morgen auch wieder morgens sollte er mal so mal auch wieder zurückkommen da würde ich noch eine schöne nacht und ein schöner start der neue woche für morgen bis dann